Du bist eigentlich ganz nett, finde ich. Ja. Nichts geil, ja. Recht klein, aber man kann trotzdem noch gut aushalten. Ich hätte uns aber, wollen wir danach mal eine andere nehmen? Ja, würde ich sagen. Also, nach dieser wäre ich denn auch raus. Ja, wer war das hier? Wel, den Shotgun gesehen, direkt drauf geschammt. Meine Shotgun, ne, Wel? Ja, das war meine Shotgun, genau. Ich hätte auch gerne eine Shotgun, zumindest irgendwas Waffiges. Das war meine Shotgun. Ja, das war meine Shotgun. Merkwai von mir. Merkwai, Merkwai. Merkwai, Merkwai. Merkwai, 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 Merkwai. Merkwai streiten sich für sich der dritte Merkwai. Und bed. Meinergraf. Nee, Mr. Sebi. Oh, nimm du mal alles hier mit. Ja, ich hüpfe von Tisch zu Tisch. Was denkst du denn? Ah, Sebi, Sebi, Sebi. Du könntest doch dein Magneto-Sport raus holen. Run, au! Ich bin Inno, ich bin Inno. Ich bin Inno, ich bin Inno. Ja, du hast Inno, hätte ich es jetzt auch gesagt. Irgendjemand hat doch hier gerade geschossen. Ja, das weiß ich auch nicht, wer das war. Run, dead. Sebi, 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 Sebi. Immer noch Sebi bei mir. Immer noch Sebi bei mir. Oi, hör mal, hör mal. Run, 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 run. Ich brauche jetzt mir eine Waffe, bevor hier irgendwas passiert. Debi hat eine Shotgun. Ach so, bevor du es irgendjemanden abknallst. Aha, verstehe. Ja, bitte. Viel Wunder, bitte, danke. Oh, wie? Syrah, Syrah. 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 Hey, ich bin mir nicht ganz sicher. Hier, oh, hier liegen zwei Leichen. Ja, ja, genau. Eben. Nordisch? Nee, ich war das nicht. Komm, du bist aus der Richtung gekommen. Richtig. Erzähl mir nichts. Aber du bist aus der anderen Richtung gekommen. Ich war es nicht. Nordisch? Du musst auch. Super. Super. Syrah, hast du ihn gerade gekillt, wo ich ihn untersuchen wollte? Oder lag der da schon? Ich habe es leider nicht gesehen. Scheiße. Das Geniale war gerade, ich wollte gerade Syrah sagen und Syrah erschießt mich. Das ist richtig. Und ich habe es nicht gemacht, weil das nicht gepasst hätte. Eine Runde noch und dann würde ich sagen, machen wir eine andere Karte. Und die Oscar goes to, steht hier im Chat. Ja, das war richtig schön. So, Mädels, last round. Ja, letzte Runde für mich. Ja, schließe ich mich an dann. Also, sonst mach ich alleine weiter. Genau. Schrader, yeah, gewonnen. Inno, yeah, gewonnen. Malkarf ist bei mir und Ron ist bei mir. Nordisch ist bei mir. Und Ron ist bei mir. Crazy, crazy, crazy. Das ist irgendwie ein ordentliches Verhältnis. Crazy, ich misstraue dir. Wail, 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 wail. Crazy, ich misstraue dir so böse. Jura? Ja, crazy habe ich eben auch schon gesehen. Jura, wail, war über mir und Dad? Ja, Granate. Irgendwo rechts war doch jemand gestorben. Ich habe noch nicht mal eine Waffe. Hier ist jemand tot. Warte, ich identifiziere. Okay. Okay, so. Das war... They cry safe, they cry safe. Draußen wird geschossen. Draußen ist jemand. Hier, bei uns, bei uns, bei uns, bei uns. Ich habe keine Waffe. Mensch, was soll ich denn machen? Wer auch immer hier draußen ist, der ist es. Es ist... Wann ist es? Wann ist es? Wann ist es? Oh, sch... Was soll das denn? So, ein Traitor ist weg. Wer ist noch da? Wach. Luxürer, ich bin's. Keine Sorge, alles gut. Dann identifiziere bitte eine Leiche. Hast du ihn, hast du ihn hier erschossen? Ich habe Well erschossen, weil er Traitor war. Hier, identifiziere bitte. Ah, okay. Mann, was habe ich denn hier gerade gemacht? Ich war kein Traitor, junge Dame. Nein. Was? Ich war kein Traitor. Es war aber auch echt schwierig. Es war Ron. Es war Ron. Ron, Ron, entschuldige. Ja, entschuldige, ich habe ja auch nicht die, sondern Ron erschossen. Aber Ron hat mich auch abgeknallt. Die Negev, die Negev, die, ich fand sie derart, das war ganz schön. Ehrlich gesagt, Leute, warum habt ihr nicht zugehört? Ich sage, Ron ist bei mir. Ja, und ich habe auch noch gesagt, Ron. Schießt auf mich und dann. Also wenn ich das richtig sehe, letzte Runde war das, oder? Ja, aber die war sehr kurz. Wir machen trotzdem Ende jetzt. Okay. Wir machen jetzt unsere Pause. Wir müssen mal gucken, wenn wir vorbei wäre. Achso, du meinst die Map jetzt zu Ende. Okay, ich gucke gerade mal, wie spät es ist. Also, Kixi eher den Kixi. Kixi eher ist raus. Ist es 20 vor, 20 vor 2? 20 vor 2 ist das. Oder machst du noch bis 2? Nur einmal eine große. Dann noch eine Map und dann hören wir auf. Oder so bis 10 nach 2. Gut. Ich beende die Aufnahme hier. Ja, gut. Also, du, nein, ich finde ich jetzt, ich finde ich jetzt, okay. Ja, was denn noch? Ja, gut, dann wähl doch mal eine andere Map aus. Ich erlaube mir jetzt mal zu so später Stunde auch vor der Map eine zu rauchen, aber nicht nachmachen. Rauchen ist scheiße. Ja, gut, also eine halbe Stunde und dann ist es auch gut. Gut, dann machen wir, dann machen wir noch eine Map und dann machen wir noch eine Map. Feierabend, oder? Dann alle. Ja, ja. Aber es war ein richtig geiler, also hält ja immer noch an, aber es ist richtig lustig. Ich habe voll Spaß heute. Ja. Das kann jeden Tag so sein. Wenn wir immer Weihnachten hätten, immer zwischen den Tagen und Best. Und immer 10.000 hätten. Also, jetzt, jetzt brauche nur noch ich die 10.000. Ja, wenn ich die 10.000 habe, dann mache ich das genauso. Also, nicht nur du, ich auch. Ich glaube, 10.000 werde ich nie erreichen, da müsst ihr auf jemand anders warten. Mami, warum kommt raus aus dem Rauch aus dem Mann? Oh, Mann, oh, Mann. Was auch, wo müssen wir eigentlich die Map annehmen? Was ist das denn? So, und so schöne halbefinale Map aus. Okay, Ekel, okay. Ja, wir müssen irgendwas Helles nehmen. Ja, danke. So, Ekel schreibt eben gerade, brennt der? Brennt der? Brennt der. Der wärmt sich nur auf. Ja, Thorak. Es ist auch nie wirklich vergnügt, muss ich sagen. Und du solltest es auch weiterlassen, das weißt du auch. Ah, mein Bein. Ja, rauchen ist scheiße. Ja, ist es auch. Und wie war ich? Und wie war ich? Und wie war ich von Ron im Chat, ne? Also, Brant, ich muss dir mal entschuldigen, das ist ein bisschen komisch. Ron, das ging ziemlich, ich würde sagen, du warst ziemlich schnell, warst du, Brant. Ziemlich schnell so. Hast du schon eine Map, ne, oder? Mein Spiel hat sich gerade aufgehängt. Das ist okay. Ein Omen. Nein, kein Omen. So, Robo Herr hat noch gefragt, ob noch Seven Days to Die kommt. Ich sag ihm das jetzt auch nochmal, nee. Also hatten wir vorhin, da sind wir mit durch. Und dann haben wir gesagt, okay, ich schmeiß mal TTT an. Das war auch unser Plan B von vornherein, weil das viele Leute haben. Es hat erstaunlich gut geklappt, muss ich sagen. Ja. Läuft auch bei dir ja stabil, ne? Also auch mit mehreren Leuten jetzt, ne? TTT zieht er, glaube ich, auch nicht so. Das ist ja mal eine lokale, es ist ja mal eine feste Mapgröße, ne? Ob da jetzt sechs oder acht Leute sind. Also ich muss sagen, er war teilweise auf knapp 70 Prozent. Was, CPU, RAM oder was? Ja, CPU. Also als alle drauf waren, 70 Prozent. Echt, doch? Ah, gut, du nimmst aber zusätzlich auf, ne? Ja, aufnehmen und streamen. Ja, das Holz war feucht. Das Holz war feucht, ja. Nicht nur aufnehmen, sondern auch streamen. Und also waren wir bei 70 Prozent. Ich verweise nochmal auf Multi-Twitch. Wann mal. Ja, du, ich bin nicht drin. Nee, aber wer streamt denn noch von euch jetzt? Bad. One und Bad, ne? Nee, ich streamen auch noch so. Ich hoste nicht, ne? Also Bad on Nordisch, okay. So, dann könnt ihr jetzt zum Beispiel... Ich auch noch. Hä? Ich auch noch. Was? Wie? Achso, Minecraft auch noch. Minecraft auch noch, okay. Okay. Dann könnt ihr also den Link nehmen und dann könnt ihr hinten einfach mit Backslash die Spieler, die Kanalnamen eingeben, die ihr gleichzeitig gucken wollt. Und dann wären das entweder Crazy oder Minecraft 35? 35. Minecraft. Nur mit Minecraft. Ach, nur mit Minecraft. Was? Nur mit Minecraft? Ja. Okay. Und wenn mit 35, das ist das aber selten. Das glaube ich eigentlich nicht. Helmut Spitz. Ach, Minecraft 35, hast recht. Okay, ich habe eben gerade nachgeguckt. Stimmt. Ja, ja. Ja, Tomi, ich dachte mir, ich habe gesehen, dass Tomi da ist und dachte mir, okay, den kannst du sofort zum Mod machen. Selbstverständlich. Naja, es gibt ja diese kleine, undefinierte Fede zwischen Wilhelmshaven und Bremen. Wir wissen nicht warum, aber ich wusste, bis ich Tomi kannte, gar nicht, dass da eine Fede ist, aber da ist eine und es ist eine große. Ja, das Problem ist, pass auf, die Fede geht von Hamburg schon aus. Hamburg hat das große Welt. Bremen hat den Schlüssel und Wilhelmshaven hat das Loch. Indien, ja, du bist. Okay. Logik. So. Jetzt ist mir alles zu nordisch da oben. Ja. Ist ja doch alles so harmlos. Ja, aber nordisch ist jetzt immer nur mal hier und das finde ich auch ganz gut, dass nordisch heute hier ist, auch wenn der jetzt vielleicht zu nordisch ist heute hier. Hä? Ja, genau. Das merkt mich so dumm tischi. Wie kann man das jetzt sagen? Rolo, ihr könnt joinen. Ist leider wieder, wie es scheint, eine Minecraft Map. Braucht doch nichts. So, tötest mich nochmal irgendwann, ne? Nein, nein. Ja, wie gesagt, die besten Maps sind immer Minecraft Maps, tut mir leid. Okay, können wir joinen? Ja, ihr könnt joinen. Ja, der lebt unter. Ich habe jetzt Kondom gelesen, aber es ist irgendwas anderes. Traufe ist Weltkrieg. So, ach ja, aber das ist eine Minecraft Map, die ich noch nicht kenne. Ach, hier ist ja die Kisten beschriftet, hier sind ja die Kisten beschriftet. Oh, hier steht Shotgun drauf und da steht... Liebe Funpims, guck es mal, so geht das, so. Und auf der Shotgun steht Bad in Trouble eingraviert. Das ist geil. Inno! Wenn dann auf der... Ja toll, ich bin doch nicht mal drin. Auf der Hülse, da steht Bad drauf. Doch, Minecraft, du bist schon quasi drin. Oh, hier ist ein Buch, das sich öffnet und alles. Was ist cool? Oh, shit. Sag mal, wo ist das Zauberbuch? Indie Map, aber selber noch nicht. Ich bin eingeschlossen. Ach, nee, jetzt doch. Kann mal jemand die Tür hier aufmachen? Ich bin eingeschlossen. Welche Tür? Wo bist du? Bei mir unten hier irgendwo unten. Soll ich mal schießen? Aber dann werde ich abgebrennt. Lass ihn doch einfach eingeschlossen, Mensch. Wo ist denn das Problem? Einen Schreiter habe ich schon. Gut, okay, der Erste, der die Tür aufmacht, stirbt. Ist klar, ne? Ich bin nämlich inno und ich habe eine Shotgun. Ich habe gerade einen Hebel betätigt. Ich weiß nicht, kommst du jetzt wieder raus? Ja, genau da. Den Hebel, den Hebel. Wer steht denn mit der Koba hier? Wer steht, der hat eine Koba? Ja, Skruger, danke. Oh, Mensch. Ihr kommt doch nicht wieder raus, sonst. Au! Okay, wir sind ja alle da. Alter, was ist das denn für eine Map? Ich habe keine Ahnung, wo ich... Geht es denn auch raus hier aus der Map? Ja, danke. Wir haben die Tür aufgemacht. Das ist ja unheimlich. Wer ist das? Backfry? Ja, was? Wo bist du denn? Lass mich. Ich habe den noch nicht mal gesehen. Nee, kein Problem, kein Problem. Ach, du bist es. Warte mal, ich... Ja, ich habe nicht gleich schrissen, ey. Sorry, Baby. Wir könnten einen Test machen, aber den möchte ich jetzt nicht aussprechen, weil... Was, einen Traitor-Test? Können wir machen, komm. Ja, pass auf. Dadurch das Tor hier, oder was? Nee, komm mit mir. Ja, klar, ich komme mit dir und dann spiele ich hinten runter und dann bin ich unschuldig, ne? Nein, komm mit mir. Wenn du wirklich unschuldig bist, dann müsstest du keine... Ich kenne die Map doch nicht. Nee, ich auch nicht. Aber was soll ich da mit dir machen? Man on Fire Films. Okay. Vergiss es. Nee, komm mal her. Ja, nee. Pass auf. Komm her, komm her. Ja, lauf... Ja. Nee, du ziehst doch nicht. Nein, pass auf. Nein, ja, pass auf. Wo soll ich hin? Sag mir ruhig. Pass auf, nee. Nee, hier. Hier, hier. Lauf vor. Hier, stell dich hier hin. Ja, und dann lass mich abschießen, ne? Verarschen, wenn ihr alleine, ne? Nordisch, Nordisch, warum bist du verletzt? Der Nordische ist hinter dir, nett. Weil ich bin Traitor, gerade einen Shootout hatte, deswegen habe ich ja gerade... Mann, ey, pass auf, welchen Traitor? Du hast nichts gesagt. Ich hab die ganze Zeit... Ich hab die ganze Zeit noch nicht aus. Wer war's denn jetzt? Wer war's denn jetzt? Malkaf. Malkaf. Ey, Bad, ich hätte jetzt einfach immer auf dich geschossen, ne? Mein Mod schreibt auch, pass auf, das ist Bad. Genau. Ich hab ein Follower bekommen und mich voll verjagt, weil ich so ein Klingeln plötzlich im Ohr hatte. Ich hab mich richtig verjagt wegen Follower. Oh, nee, oh, meine Shotgun. Xyra, Xyra. Meine Shotgun, das siehst du doch. Nee, sehe ich nicht. Ich halte sie in Händen. Das sieht immer noch aus wie meine Shotgun. Ich will nicht nur ne doofe Mech haben. Mit der kann ich nix machen. Ich bin Traitor bestimmt. Ist die Mech nicht gut? Nee, ne? Ich bin Traitor. Ich bin mit Traitor. Was? Run, 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 run. Ich guck hier einen Film. Er hat gesagt, er wird Traitor. Er ist mit einem Traitor gefangen, aber ihr kennt ja Bad. Also wenn euch Bad entgegenkommt. Welchen ist es? Nee, Bad ist tot. Walka? 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 Wann ist es? Wann ist es? Ich steige nicht mehr durch. Hallo Schieß! Aufeinander, lass mich. Ich knall euch einfach an. Hab, ist mir jetzt egal, Mann. Die Tätik, die Kreuz und Quer. Ich weiß nicht. Sebi, Sebi, Sebi. Sebi, du. Ach komm, ich knall dich einfach ab. Thema durch. Wer kommt der da noch? Oh, nee, das ist was. Sebi, das hättest du eher machen müssen. Alter, was war denn los mit euch? Ich dachte, papp, 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 sechste Mal da schießen. Gleichzeitig auf der da, ich dachte, ne, hüße. Ja, und die Schlüsse, die kamen ursprünglich von um die Ecke und, ähm, ja. Aber Bett hat dich mal die Wahrheit gesagt, da war ich mir eingeschlossen. Ihr seid so unentspannt, das ist so unentspannt. Ja, ihr seid so unentspannt. Ich habe auch anderswo liegen könnte. Anstatt einfach mal so zu sagen, Mensch, schön, dass ihr dabei bist. Genau. Endo. Ich brauche erstmal eine Waffe. Ich würde sagen, wenn ihr euch raus sitzt, dann geht's hier. Oh, hier ist ein Portal. Was ist da denn hier? So, da wollen wir hier weitergehen. Sebi, Sebi, Sebi. Ich würde sagen, Sebi ist einer. Ähm, ne, ich war eben, das ist einer. Ich habe hier TNT und so gefunden. Ich bin irgendwo in einer Röhne, aber ich weiß nicht, wie ich wieder rauskomme. Keine richtige Waffe? Oh, Sebi, hau ab! Ich war eben, das ist einer. Sebi? Ja, nordisch. Ich glaube, ich will hier nicht mehr raus. Ich habe genau dieses Visier. Geh von mir, Sebi. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Hier ist ein Portal. Aber da ist nix. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Danke. Ich nicht, weil ich hier wieder hoch. Wer ist bei mir? Ich bin ja. Wie haben wir da denn? Sebi ist bei mir. Sebi ist bei mir. Hier ist so ziemlich jeder. Hier liegt ein Toter. Crazy ist tot. Crazy habe ich gerade identifiziert. Eine Rose für meine Zuschauer. Entschuldigung. Das musste einmal sein. Entschuldigung. ich war die ganze stelle wer schießt das mich hier oben da oben ist jemand drin ich glaube der ist oben drin wo man reinrennt konnte ich mich an crazy erinnern sie und dann war er tot und sie ist ein sebi ok war das jetzt ich hab ihn glaube ich ne war hat auf ihn geschossen so bett bett ist auch nicht identifiziert ich bin in rolle wo bist du das war nicht hier unten bei mir ja wann sommer zu mir kommt eine geniale schussposition von da oben ist nachgewiesen inno ich bleib jetzt bei dir ich bin hinter dir schussposition für shotgun denkbar ungeilig du hast gesehen dass ich jemand identifiziert habe okay gut mal kauf zieht pass auf ja ich gucke die anderen beiden an da hinten stehen nämlich noch zwei ja die können ruhig gerne stehen ich bin inno ich habe es doch bewiesen dass ich inno bin was ist denn das hier von laden du hast das ist bett gewesen ja das ist wert den habe ich ja ich komme hier nicht raus das ist der schlimme merkst du das ja ich merke ich scheiße wir sind offenes futter zyra rennt hier so rum unter den gebäuden pass auf juan ist da oben ist die schildkröte weggelaufen ist die schildkröte weggelaufen ist die schildkröte weggelaufen nein weil denn ich habe meine ja immer schön versteckt und nicht in der hand hast du gehört waren sie hat ihre schildkröte versteckt alles klar es klingt alles komisch die dreht mir zu sehr den rücken zu ich habe da jetzt eine kugel ja ich glaube auch was ist denn das hier was nein hört auf auf mich zu schießen geduckt und dann hoch springen okay sie war es nicht aber natürlich scheiße also es ist klar ein wieder seit vor der necke rangehen mal kauf du bist jetzt bei wem bei nordisch bei nordisch ist klar dass einer von euch da rein das sein muss könnte das mal kurz unter euch klären das ist super ach so und du hast direkt auf ihn geschossen okay alles klar er war unten drin ich wollte nicht gerade hoch helfen wir hätten uns gegenseitig erschießen können es ist klar einer von euch beiden muss es ja okay superaktion superaktion ich glaube wir haben jetzt reaktion ich dachte mir ja nur diese schildkröten geschichte die ist ja du hast uns wirklich du hast uns sage ich nicht ja du hast uns aber so offen den rücken zugedreht das war schon komisch ja weil ich euch vertraut habe in dem moment ja vertrauen darf man ja außerdem wusste ich nicht dass ihr mir hinterher kommt um ehrlich zu sein doch wir sind überall überall hier haben wir ein welkwai ja naja welkwai was suchen wir hier oben na 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 was waffen hier ist schön so warum bist du gehört warum bist du schon angeschossen was war das denn ich dann gehen wir rechts rum da war nämlich die tür da bin ich durchgelaufen da war feuer wieso war da feuer ich bin in der feuerhöhle wach geworden in der feuerhöhle hier wo ich drüber stehe ist kann man durch die fenster hier oben durchschießen oder bin ich hier oben safe warte mal du bist du bist nie safe hier warte mal bevor du guck mich mehr an da bist du weißt da siehst das hier aber es sieht genauso aus wie vorher man hat nur das glasgeräusch gehört aussehen tut das genau wie vorher immer noch sie wie immer noch sie wie die fenster schossen sehr merkwürdig sehr merkwürdig ich habe ein zauberbuch gefunden habe es gelesen was wird denn irgendwas dann ist es wohl ein zauberber zauberber entdeckt im portal jemanden war wann ich sehe und wann man kraft jetzt hier so lange dass eine schule hat und dann schießt er mir im kopf pass auf da brauche ich keine shotgun für dann nehme ich eine scharfschützen ich glaube jetzt einfach mal dass ja malkaf ist durch feuer gelaufen warum weiß ich auch nicht aber der steht schon so lange ich mittlerweile glaube ich dass das nicht ist hat ja auch eine feuerartige schrift so zick zack um mich genau wieso wirst du eigentlich wieso eigentlich wirst du eigentlich angehörtet wenn du durch feuer läuft wo du doch ein flammendes m hast gehörtet ja ganz einfach weil nicht jedes feuer mir gehört dann war das nordisch oder nie nordisch warst du nicht an der stelle wo ist malkaf denn ich weiß irgendwie überhaupt nicht wo ihr alles ja muss ja der sagt ja gerade aus einer schönen höhle gekommen wer geht vor das ist ein blödes gefühl jetzt ich muss nicht unterwegs sein nein ja gut hast recht wir können auch hier oben bleiben genau wir können warten bist du okay aber dann gehe ich mir lieber raus auf dem balkon wie komme ich denn hier raus hier oder was du möchtest mir nichts tun richtig sie ist tot okay sie ist es nicht sie ist es nicht geht es runter sie ist es nicht wenn ich sie treffe ist ja schon mal gut wer ist das hier okay alles klar hast du noch eine leiche hier draußen wie man jetzt kommen sie plötzlich angerannt hier aber alle aber alle mit einem mal die aus den löchern das ist sie wie wo sind die anderen beiden hin da oben okay ich gehe mal lieber zu sehen hier aber sie wie ist es nicht warum komme ich hier nicht rein pass auf nicht dass du das wasser wählst wieso warum und was ist daran so schlimm an dem wasser hier kommt schlecht raus man kommt schlecht raus und ich hatte das mit dem druck nicht hingekriegt muss aber irgendwie tastaturfehler sein wird wahrscheinlich nicht belegt alles klar ja nordisch wir wissen was wir zu tun haben der frage ist jetzt warte hier steht du warst noch nicht tot ich dachte ich hätte headshot gelandet sonst wäre ich nicht so an die auf die helme auf die helme